hallo paraguay live ich bin der bitte und herzliche sonnige größe aus paraguay das heutige thema folgleich heute schauen wir uns wie vereinbart den tropischen garten der zu diesen riesen villa von knappen 500 quadratmeter wohnfläche gehört ich verlinke euch hier links oben die reine besichtigung also falls ihr an diesem haus interesse habt schaut euch erstmal den link da oben an da ist die reine besichtigung oder andersrum ihr schaut euch zuerst den tropischen garten ich sage nichts dazu es ist einfach ein traum super gepflegt 1,8 hektar also 18.000 quadratmeter mit eigenem bach mit eigenen strand und man kann eventuell noch teile des riesen grundstückes veräußern und zwar mit gewinn einfach aufteilen und verkaufen helfen wir euch auf jeden fall sowohl beim kauf als auch bei eventuellen teilen aber wenn ihr das geld habt am besten kauft euch das haus ist bezugsfertig praktisch möbel bestellen und einziehen also schaut euch an wie sehen wir uns nachher also hier ist der haupteingang also hier ist der haupte Bis zum nächsten Mal. 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 Einfache Frage. Sieht doch klasse aus, oder? Ja, das habe ich nämlich auch gemeint. Also bei uns hier sieht es auch genauso toll aus mit den Vögeln, mit der Natur. Es ist einfach unglaublich. Also, ich zeige euch einige Sätze dazu. Also, kurze Zusammenfassung. Also, das Haus, das Haus mit knapp 500 Quadratmeter bebaute Fläche ist ein Riesenhaus, was wirklich in sehr gutem Zustand ist. Und dazu gehört auch eine Riesen-Garage, die im Kolonialstil gemauert worden ist. Die dritte Sache ist, die dritte Sache ist der Riesen-Tropische Garten, die ich euch in diesem Video gezeigt habe. Es liegt direkt, es liegt direkt am Bach. Es liegt direkt am Bach. Und die fünfte Sache, ja, es liegt praktisch einige Autominuten von Pili Bebui entfernt. Also, von daher, nur kaufen, sich schnell entscheiden, weil die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Okay, wie immer, schreib die Kommentare darunter, die Fragen, anrufen per E-Mail. Also, die Vorteile liegen auf der Hand. Und das große Haus von knapp 500 Quadratmeter im Kolonialstil gebaut. Richtig mit tollem Baumaterial. Die zweite Sache ist natürlich die Garage. Die große Garage im Kolonialstil. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Und die dritte Sache, der 1,8 Hektar große Grundstück, praktisch tropische Garten. Mit altem Baumbestand, mit tropischen Früchten und seltenen Pflanzen. Die vierte Sache, es liegt nur ein Kilometer vom Asphalt entfernt. Und einige Autominuten von der Stadt Pili Bebui entfernt. Also, die Entscheidung kann nur heißen, kaufen und zwar sofort kaufen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, also so ein tolles Angebot, das wird aus altes Gründen verkauft, veräußert, habe ich lange nicht mehr gesehen und ich bin 18 Jahre im Parallel. Also, alle Daumen nach oben, einfach die richtige Entscheidung treffen, wie immer das Objekt kaufen. Bitte die Kommentare darunter, mich auch persönlich per Business WhatsApp anrufen, beziehungsweise anschreiben. Nicht lange warten, sondern die Entscheidung treffen. Abonniere diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Likes nach oben, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video und womöglich beim nächsten Objekt. Danke, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Danke euch.